Leicht verletzt wurden drei Personen bei einem Unfall, welcher sich gegen 12.20 Uhr zwischen Bernhausen und Plattenhardt ereignet hatte. Eine 75-Jährige fuhr von der B27 an der Ausfahrt Plattenhardt ab. An der nachfolgenden Kreuzung wollte sie auf die Landstraße 1209 in Richtung Bernhausen auffahren. Hierbei übersah sie einen von Bernhausen kommenden Mazda-Fahrer. Es kam zur Kollision, wobei die Toyota-Lenkerin, der 24-jährige Mazda-Lenker sowie sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Sie mussten alle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.